Mein Name ist Kodasidis Nikolaus und ich bin der Leiter Logistik der Badischen Staatsbrauerei Rothorz. Wir befinden uns hier auf 1000 Höhenmeter im Hochschwarzwald. Die Brauerei wurde gegründet 1791 und wir befinden uns hier im Herzstück der Brauerei, nämlich dem Sudhaus. Um mit der Logistik auch weiterhin stark aufgestellt zu sein, haben wir uns in die bereits vorhandenen BITO-Regale einen Partner nochmal hinzugeholt mit der BITO-PTS-Lösung und haben die Anlage somit erweitert, dass ich diese einfach integrieren konnte. Die Flexibilität und natürlich auch das ganze Drumherum mit technischen Zeichnungen und Umsetzen der Lösung war von Anfang an in besten Händen. In jeder Zeit würden wir uns nochmal mit BITO zusammensetzen und eine Erweiterung planen.